Hüpf, gut. Äh, großer Wahl, großer Wahl, großer Wahl. Narwahl, keine Ahnung. Ich kann den Wahl nicht erkennen daran, wie er aussieht. Hüpfeln, gut. Oh Gott, hüpfeln. Er ist tot, yeah. Aber wir nehmen trotzdem Schaden durch die Raketen. Ziemlich großen sogar. Was ist das? Ich darf nicht nach unten, nicht wahr? Nein, wir springen einfach rüber. Gut, wir gehen weiter. Äh, rochen. Ih, Instant Death Spikes von oben. Und Blubberblasen. Indestructible Blubberblasen. Okay, wow, 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 wow. What? 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 Ähm, das ist mir alles gerade zu viel hier. Das ist schon wieder... Oh Gott, nein. Näh, Blubber. Indestructible, okay. Nein! Instant Death Spikes ausweichen. Einfach rüber, genau. Und noch ein Ball. Nein, nein, nein! Ist das so unfair? Was sollte das? Was sollte das? Was sollte das? Nein, nein, nicht nochmal hier. Nein! Diveman Stage ist zum Kotzen. Oh nein. Achtung, Rochen. Achtung, Matrix. Äh, rüber springen. Ah, was? Okay, hier, Rochen. Den kann ich so kaputt machen. Jetzt müssen wir wieder warten. Ewig und drei Tage. Und zwar jetzt, so. Das waren ewige und drei Tage. Ja, geht manchmal schneller vorbei, als man denkt. Ist ja wie mit Weihnachten. Dann ist auf einmal Weihnachten da. Was rede ich überhaupt für ein Kack? Egal. Wir gehen unten lang nicht, dass wir nochmal von oben irgendwelche Instant Death Kacke kommen. Ihn Wahl. Und jetzt. Das war dämlich. Jetzt. Haha. Äh, blöb, 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 blöb. Hü, blöb, blöb, blöb. Okay. Der ist dämlich, der Wahl. Ich mag ihn nicht. Gut, jetzt kommt hier nochmal die Kacke. Äh. Ich weiß nicht, ob ich dann nach unten gehen kann. Ich will es auch gar nicht herausfinden. Juhu, Energie. So. Du explodierst noch nicht. Wann explodierst? Oh Gott. Gut, das war mir jetzt egal. Leben ist wichtiger. Mhm, mhm, mhm. Okay. Instant Death Bikes, die ich natürlich nicht kaputt schließen kann. Weil, warum? Was? Oh. Waaaaaah. 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 Ey, das kann doch nicht sein. Waaaaaah. Waaaaaah. Das ist Bullshit. Ich hab das Spiel gerade angefangen und jetzt schon reißt es mir meinen Arsch auseinander. Steckt ne ganz große Zündkerze hinein und dreht den Motor einmal voll auf. Tod, Funk Royale. Hallo, Wahl. Spring, genau. Und, oh, 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 naja. Spring, genau. Funk kannst du auch mal treffen. Warum mache ich das nicht eigentlich so? Das wäre viel besser. Schnelle einzelne Schlüsse ist besser als ein großer, der nicht mehr trifft. Ja. So, hallo. Okay, Leben. Nein, kein Leben. Warum auch? Leute, ich habe jetzt... Aha. Interessant. Gut. Ey, Megaman, drehst du dich mal um, wenn ich sage, dass du dich umdrehen sollst, du Hure. Oh, ja, es fängt schon wieder gut an, ne? Hure, bum, spala, bul, 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 bul. Ich fange jetzt schon wieder an, das Spiel zu beleidigen. Obwohl ich gerade erst angefangen habe. Das ist schon mal ein guter Start für uns beide. Nicht wahr, Spiel? So. Oh Gott, das war knapp. Hier, 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 genau. Äh, äh, äh. Ih, ganz viele von diesem Kack. Blah, blah, aber das Wasser kommt immerhin nicht mehr runter. Moment. Äh. Gut. Äh, ja. Explodier. Ich warte hier. Explodier. Ich warte hier. Wir reimen uns die Welt zum Tier. Ha, 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 ha. Ja, okay. Oh, da kommt schon der erste Endgegner. Klasse. Den, ähm. Gut. Ähm. Ein Leben. Hm. Das heißt, jetzt werde ich gucken, was für Bewegungen er drauf hat. Und dann werde ich jämmerlich trotzdem danach nochmal verrecken. He, he, he. Warum auch nicht? Ich meine ja. Ich meine nein. Ich meine vielleicht mit Wasser und überhaupt. Und, ah. Ah, wo ist mein Tales of Phantasia? Ich bin wieder Tales of Phantasia. Da konnte ich gewinnen. Da habe ich über 3000 Schaden gemacht manchmal, wenn ich Glück hatte. Na, was macht der? Na, was macht der? Ne? Macht der nur das? Nein, er macht natürlich auch noch eine Homing Missile. Gut. Wir haben null Leben. Und probieren jetzt einfach, ihn jetzt zu besiegen. Gut. Ich streng mich an. Ich knacke meine Finger. Ihr Leute sitzt da und freut euch. He, he, he. Du hast keine Songs. He, he. Du bist so doof. Gra, gra. Ja, bin ich. Okay, los geht's. Depp, 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 depp. Der schöne Musik. Es lädt viel zu lange auf. Es dauert Stunden, bis es aufgeladen ist. Es ist ja langweilig. So, springen. Hä? Gut. Gut. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Das ist doof, wenn ich mich von ihm so treffen lasse. In Ernst ist es doof, ja? Funk, wow. Als wenn du irgendwie... Jetzt. Ja, nein. Wow, okay. Gott, komm, das schaffen wir, oder? Sollten wir eigentlich schaffen. Nein! Dreck, warum mache ich denn so eine Kacke? Jetzt, nein. Wow. Jetzt, gut. Nochmal springen. Nein, wow. Du beweg... Du änderst dein Bewegungsmuster. Du bist ja ein Drecker. Drecker? Du hast Dreck am Stecken. Genau, wow. Okay, okay, okay. Komm, 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 komm. Jetzt, genau. Jetzt, wow. Das ist knapp. Ja! Ich hab dich besiegt. Ich hab den ersten Gegner besiegt. Und es passiert nichts. Äh, hall. Ne? Warum hat das jetzt so ewig gedauert? Okay. Yeah! Ja! Okay. Oh. Was passiert? Geil. Oh Gott. Gut, in der nächsten Folge werde ich dann mal ein bisschen auf das Spiel. Wow, Omega-Man. 3D-Motion. Geil. Du hast Dive-Missile. Wow, yeah. Haben wir jetzt zielsuchende Raketen bekommen? Wow. Wow. Ja, stay select. Okay. Yeah, der erste ist weg. Gut, Leute. Das war's. Jetzt erst mal. Ich spiele... Mal gucken, wann ich weiterspiele. Heute oder morgen. Ich kann's euch nicht versprechen. Bis bald. Euer Funk Royale. Over and out. Prrrr.